Traveller's Tales Willkommen zu Let's Play Sonic 3D Blast Oder Sonic 3D Flickies Island Je nachdem, aus welchen Regionen man dieses Spiel gekauft und gespielt hat Yay Ähm, ja, Sonic 3D ist quasi das letzte Sonic-Spiel, das damals für den Mega Drive erschienen ist Ähm, das Spiel kam ein, zwei Jahre später auch nochmal von Sega Saturn Aber für den Mega Drive war es sozusagen von Sega aus So, ja, man macht halt so ein Abschlussspiel für Abschlussprojekt für irgendwas In dem Fall war es halt, für den Mega Drive war es Sonic 3D Ja, mit dem die Entwickler und halt auch Sega den Mega Drive verabschieden wollten Ja, und klatschten halt hier ein Sonic-Spiel raus, das kein herkömmliches Sonic-Spiel ist Ja, aber darauf gehe ich halt näher nochmal ein Erstmal starten wir neue Spiele und gehen auf die Story ein Flickies sind mysteriöse Vögel Sie leben in einer anderen Dimension und können reisen durch große Ringe Wo auch immer sie hinwollen Ganz tolle Vögel Flickies sind diese ganz kleinen Vögel, die halt auch sonst aus irgendwelchen Robotern rauskommen Robotnik hat über die Flickies einiges gelernt Ich werde diese Flickies in Roboter verwandeln und Lass sie nach Chaos Emerald suchen für mich Die unendliche Macht der Smark der zu benutzen will er unbedingt Ganz tolle, toll und so Naja, egal Sonic besucht Flickie Island Um seine Freunde zu sehen Aber alles was er sieht sind nur Roboter Robotnik hat meine Freunde in das verwandelt Ich muss sie retten Robotnik muss aufgehalten werden Sonic fängt an die Gegner zu besiegen Um seine Freunde die Flickies zu befreien Ja los Sonic Du kannst durch die großen Ringe Durch die Welten warpen Mit der Hilfe der Flickies Denn die können ja auch da durchdüsen Um dann wiederum Robotnik zu jagen und seine Pläne zu vereiteln Profi Übersetzung bei mich Naja, irgendwie nicht Und ihr seht schon, es ist kein klassisches Sonic 2D Side-Scroller-Spiel Es ist eher ein isometrisches Sonic-Spiel Ja, ein etwas untypisches Sonic-Spiel Wenn ihr mich fragt, denn normalerweise Würde man doch meinen, hey, Plattformer und Jumpman und so Aber hier tatsächlich nicht Hier hat man versucht Ähm, das Spiel in eine 3D-Ebene zu holen Auf isometrischer Basis Ganz toll Ja, also man könnte auch sagen Diablo mit einem blauen Igel Naja, nicht ganz so toll Ähm Ja, und da haben wir halt einen dieser Roboter Und in diesen Roboter Sind halt die Vögel drin Man sieht das jetzt schlecht Aber der folgt mir jetzt hier dahinter Ähm, würde man ein bisschen besser sehen Wenn ich jetzt keinen Schutzschild mehr habe Ich kann ja mal gucken, ob ich das Schutzschild hier irgendwo mal Äh Irgendwo Hier, so Ich glaube mal da mit Absicht gegen Ne Der Vogel, da ist er Der folgt mir jetzt unentwegt Und wenn ich jetzt halt nochmal Schaden kriegen würde Ich glaube, dann würde ich halt den Vogel auch verlieren Genau, und dann müsste ich den halt neu einsammeln Es ist nämlich wichtig In diesem Spiel In jedem Level Die ganze Vögel einzusammeln Damit ich halt Wie auch im Intro gesagt halt Mit Hilfe Der Kraft der Flickies Irgendwie Die Werderschaft an mich reißen kann Oder zumindest Ähm Ja Durch die großen Ringe zu warpen Und Ja Ob das natürlich halt auch alles so klappt und so Ich hab keine Ahnung Aber durch Kanonen schießen kann ich auch Man könnte auch sagen, dass es die OCs Oh, da steht Knuckles Hallo Knuckles Ähm, kann ich nicht reden? Wo war denn das? Ah, da Ach, ja Man kann ihm Ringe abliefern Und wenn du ihm Ringe ablieferst Kommst du dann in die Special Stage Sozusagen Ich glaube ab 50 Ringe oder sowas Und Ja Ob ich das jetzt mache Oder in China Fällt unser Kreis um Das ist relativ egal Ja Ist halt so So Und ja Wir haben eine gewisse Homing Attack Das heißt Wenn wir hier in der Nähe eines Gegners sind Und Doppel A drücken Dann Springt er so ein bisschen automatisch in die Richtung hin Wo der Gegner ist Man kennt das halt später auch aus Sonic Adventure und Coca-G Da gab es das Prinzip quasi auch schon Und wir haben alle fünf Flickies voll Wir haben unten rechts halt die Anzahl für Naja Unsere Vögel Haha, haha Ich bin gut zu Vögel Haha, haha Du hast doch wohl einen Vogel Im wahrsten Ende des Wortes Und Ja, wir können jetzt eigentlich auch nochmal hier die Die Special Stage machen Und kann hier nochmal weiter labern Und nochmal erzählen Wie, wo, warum Und das Spiel Und überhaupt Und trifft mal den Nackels hier So Müssen wir so Hunde abbringen? Ich hab keine Ahnung So So sehen die Special Stages aus Ich glaube hinter mir fällt auch die Ähm Das Level so nach und nach auseinander Wenn ich jetzt so langsam bin Ist auf jeden Fall Ein bisschen so Wie auch die Special Stages Aus Sonic 2 Wo du halt hier Dingen ausweichen musst Und Eine gewisse Anzahl an Ringen einsammeln musst Bis zu einem gewissen Checkpoint Und Ja, wenn man das halt geschafft hat Kriegt man halt einen dieser Chaos Emeralds Aber Es sei vorweg gesagt Ob du die jetzt sammelst oder nicht Es hat keinerlei Auswirkung auf den weiteren Spielfortschritt Sei es irgendwie Du kannst dich weder in Super Sonic verwandeln Was sowieso relativ Sinnfrei ist Noch Bekommst du ein anderes Ende Also du sammelst das wirklich einfach nur weil Du es kannst Ja So Ich würde sagen Genug gelabert und Zeit verdöselt im ersten Akt Wir beenden mal den ersten Akt Ne Denn Wir haben ja alle Fleckis gesammelt Und wir können hier zum Ring In eine andere Dimension Oder halt Wie ich sagen würde Wir reißen halt den zweiten Akt Ah ne Ist noch gar nicht Da Dann geht es noch weiter Ui Toll Ui Toll Hast du auch die Teil gesagt Ja Ja ich weiß Da war vorhin hier so ein So ein So ein Ding ins Ich hole das gleich So Na 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 So Und ja Einiges an Sounds Die hier verwendet wurden Hat man schon im Vorfeld gehört Bei Sonic 3 Zum Beispiel Na Die Sounds von Abschuss Dickgedöns von irgendwelchen Gegnern Und so Hier wurde halt viel Sound Recycling betrieben Ich glaube so kann man es nennen Und Jo Das ist ok Meines Erachtens Grafisch Haben sie halt aus Megadrive halt alles rausgeholt Was sie hatten Viel mehr war halt nicht drin In der Saturn Version Sieht das ganze Spiel nochmal ein bisschen anders aus Es ist halt Es wirkt Wesentlich lebendiger Da hat man hier wirklich richtige Texturen Die hier im Wasser herumwabern Ne Brücke Die halt sich auch dynamisch bewegt Und so wat Und Teilweise auch Wettereffekte Der Boden sieht besser aus Hier ist halt alles noch sehr auf Ja Darauf getrimmt halt Was die Der Megadrive Überhaupt irgendwie leisten kann Ne Weil die Leistungskapazität vom Megadrive Ist halt auch irgendwann begrenzt Ist halt so So Ähm So Irgendwo müssen wir noch so einen Vogel finden Ob wir das tun Ist natürlich so eine ganz andere Geschichte Und man hat sich natürlich bei dem Spiel hier Auch sehr an Sonic Labyrinth orientiert Sonic Labyrinth war Auch ein isometrisches Sonic Spiel Für den Sega Game Gear Quasi der Game Boy von Sega Ähm Das war auch schon so ein isometrisches Spiel Wo du allerdings halt Schlüsse finden musstest Um halt weiterzukommen Ähm Und Ja Ist halt halt viel Ähnlichkeit Aber Sonic Labyrinth war auch Das ganze gesehen halt auch Eher so Mäh Weil es halt auch Zeitdruck hatte Und Tralala Ja Der zweite Akt Wupptidudidu Wat freu ich mir Also ich find das Spiel jetzt definitiv nicht Ganz scheiße Aber es ist halt auch kein Kein vernünftiges Sonic Spiel eigentlich Ne Aus meiner Sicht Damals als kleiner Knirps Hätte ich mir tatsächlich halt eher Ein vernünftiges Sonic Spiel halt gewünscht Ne So ein ganz klassisches 2D Spiel Jump One So wie ich es halt auch seit Jahren halt gewohnt bin Ach ok Die Homing Attack von der ich vorhin erzählt hab Das geht nur wenn wir das gelbe Schutzschild haben Haha Haha Na der ist ja toll Siehst man wie meine Erinnerung wieder nicht funktioniert Naja Ähm Wo wollte ich hinaus? Ich hab's vergessen Ich hab's auch nicht vergessen Wo sind denn jetzt die Vögel hin? Vögel Vögel Wo sind die Vögel 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 sind weg Vögel Vögel sind weg Oh nein Sie sind weg Da läuft ein paar Hier so Jetzt haben wir Drei Irgendwo flattert noch einer rum Oder ich kann nicht zählen Ne wir haben vier Ok So und wo ist jetzt der letzte? Da war er Und ich lauf rein So Na also So 2D Spiele Irgendwie so Ins 3D zu holen Dass du halt dann schon gar nicht mehr sehen kannst Wo stehe ich jetzt eigentlich? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ist halt immer so ne Sache Es war halt so langsam so das Zeitalter Wo plötzlich sämtliche Spiele irgendwie in 3D gemacht werden mussten Es war eine ganz furchtbare Zeit in der Videospielbranche Ja ich glaub nur die Zeit wo plötzlich jeder Film irgendwie Videospiel dazu haben musste Ich glaub nur die Zeit war schlimmer Und die Zeit war echt furchtbar Aber es gab ja wirklich halt so ne Zeit Da musste halt wirklich alles und jedes halt irgendwie in die 3D Ebene geholt werden Alles musste zwanghaft 3D gemacht werden Weil oh 3D hey voll cool Hey Ja ähnlich so wie es jetzt derzeit ist mit den 3D Filmen bei Filmen und sowas Ja wobei darüber kann man sich noch streiten ob das cool ist oder nicht Ja aber halt bei vielen Spielen Hat man wirklich einfach zwanghaft versucht das Spiel auf die dritte Dimension zu holen Sei es irgendwelche Point & Click Adventure wie Monkey Island Sei es jetzt hier Sonic Sei es keine Ahnung was Ist ähm ja Ja Man hat halt damals 1995 mit der Sonic Lizenz Äh nicht Lizenz aber halt ne Die Macher haben quasi Sonic damals schon verhunzt Ähnlich so wie man es heute tut Hey Tails Kann man bei ihm auch Ringe abliefern Ich weiß noch nicht mehr warum oder ich weiß noch nicht wie viel 50 Yay Also ich glaube nicht dass ich hier sämtliche Chaos Emeralds in diesen Let's Play rausholen werde Aber wie gesagt das hat halt auch eigentlich relativ gar keine Auswirkungen auf das weitere Spielgeschehen Wenn ich halt was schaffen sollte ja dann bitte Aber ganz ehrlich ich glaube da nicht so dran Ja So Dann wollen wir doch mal gucken Ob wir noch irgendwo irgendwelche Roboter erledigen können Wenn du nicht weißt wo Na also das Spiel ist wirklich halt viel mehr ein Gesuche nach den Gegnern Anstatt dass es hier ein richtiges ähm Gesuche nach einem Levelausgang ist Wobei beides kann vorkommen Jetzt habe ich auch wieder meine Homing Attack Das ist schon ganz nett Kann man auch mal machen Dann muss ich halt nur wissen wo es lang geht Also hier sehe ich bislang nichts Hier geht es zu Tails Dann bin ich ja hier nicht richtig Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal